Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fable Nr. 3 Als böse Prinzessin Immer muss man alles selber machen, ja. Ich bin nur hier. Hey. Was soll das? Seht mal, ist das nicht einfach unglaublich? Na dann, runter. Komm, Wuffel. Sieht irgendwie etwas düster aus. Da unten ist es nicht gerade verlockend. Ich sagte ja vorhin, es wirkt etwas düster. Tja, ich möchte diese Aussage gern korrigieren. Hier herrscht absolute, düsterste Dunkelheit. Na dann, kann ich eigentlich nochmal zurücklaufen? Okay. Was vermutet ihr, was das hier ist? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Tempel? Aber was sollte man ausgerechnet hier verirren? Hm. Hier gehen wir keinen Schritt weiter. Kann ich bitte springen? Oh, ja. Findet einen Ausgang. Ja, würde ich gern. Kann ich runter? Immer noch nicht. Offenbar eine Brücke. Ist das der Ausfahrmechanismus auf der anderen Seite? Wie praktisch. Einer von uns muss auf die andere Seite, um ihn zu benutzen. Es muss noch einen Weg geben. Ja. Oh, Alter, ich raste aus. Darf ich? Na also. Von hier aus solltet ihr es auf die andere Seite schaffen. Dieser Lahm-Arsch. Mann, Mann. Okay, vorsichtig jetzt. Das den Klemms bestimmt. Und wir wollen ja nicht mehr Lahm machen, als unbedingt nötig. Hm, ist ziemlich leise. Ja. Und Mäuschenstill kämpfen sich die Abenteurer weiter voran. Ich weiß, dass ich manchmal etwas Paranoid bin. Aber hat sich das für euch freundlich angehört? Komm einfach. Na, Ruhe haben wir das schon ein bisschen. Hey. Komm schon, bewegt den Arsch. Du alter Magier. Tja, ich habe anscheinend ein Händchen für solchen Quatsch. Hm. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass uns jemand veräppeln will? Andauernd. Seien wir einfach dankbar und verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Hm, die deutsche Synchro von der Prinzessin kenne ich auch irgendwo her. Eure Licht wird sterben. Das Licht in eurem Leben wird sterben. Los, zeig euch und euch wird sterben. Nett. Das ist nicht gut. Die Kinder kommen zum Spielen. Und los. Was ist das? Spiel. Euer Fleisch spielt. Spiel. Euer Gitarren spielt. Dunkel. Euer Schießer spielt. Es sind nicht zu viele. Kämpft weiter. Wir müssen weiter kämpfen. Ja, ja, ich mache schon. Die Schönen brennen. Die Verbrennung und blühen. Die dunkle Blume wird auf der Raum. Bringt ihr Herz. Spielt. Ihr seid befleckt. Der Fleck wird niemals verblassen. Die Sonne wird niemals wieder für euch scheinen. Ein, beflecktes, kleines Spielzeit. Können wir weiter gehen? Okay. Es ist alles in Ordnung. Wir, wir müssen einfach weiter gehen. Das ist alles. Alles ist gut. Alles cool gemacht mit der Dunkelheit. Oh no. Komm schon, Walter. Ganz ruhig bleiben. Na, verdammt. Keine erwischt. So, und hier gibt's doch wieder Besuch, oder? Dieses verdammte Buch und seine Verfasser. Schweine! Warum stand nicht drin, was uns erwartet? Leibhaftige Dunkelheit. Wer soll denn damit etwas anfangen können? Es hört nicht auf. Es hört erst auf, wenn wir erledigt sind. Nein, wir kommen wohl da. Wartet. Hier muss ein Ausgang in der Nähe sein. Da ist ein Lufthauch. Spürt ihr das? Ja. Ja. Da ist wieder das Geräusch. Das klingt wie... Nein! Nicht das Licht! Nicht das Licht! Na los! Funktionier schon! Verdammt! Überall! Na los! Na los doch! Mist! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Wir müssen hier raus! Hört ihr! Hört ihr! Wir müssen sofort hier raus! So lange wir Feuer haben, ist alles in Ordnung! Wir kommen! Es ist hier! Wir verschlingen euer Königreich! Es gibt keine Verhandlungen! Lass uns gehen! Es gibt nur die Dunkelheit! Die Kinder wollen es! Sie sind überall! Ja, ja, können wir schon hin. Mehr Schatten! Achtung! Sieht, wie eine Haut welkt und abfällt! Jetzt seid ihr schutzlos und leer! Die Berührung der Kinder ist kalt, denn sie lieben zu sehr! Alles klar! Hat die blinde Seherin nicht von uns erzählt? Hat sie euch nicht gewarnt? Juhu! Juhu! Er ist hinüber. Der Drecksack ist tot. Und wir müssen jetzt hier raus. Aber das ist vorbei. Es ist vorbei. Und es ist alles okay. Der einzige Weg führt nach unten. Toll. Okay. Moment. Moment. Ich muss mich kurz darauf an. Alles in Ordnung da unten? Ja. Es ist nicht tief. Okay. Ich komme jetzt. Drei, zwei, eins! Walter! Walter! Wir lasst ihn sterben. Ihr überlasst ihn uns. Aber ihr seid froh, oder nicht? Ihr wünscht ihm Schmerz. Ihr wünscht ihm Folter. Verdammnis und Wert. Wer gehört jetzt zu uns? Das ist schon viel. Bloß weg hier. Wer gehört jetzt zu uns? Eine Welle der Dunkelheit kommt über euer Land. Sie holen euren König. Wer sitzt auf dem Tod von Erden? Er ist unser. Nehmt den Tod an. Er ist leichter als alles, was wir brauchen. Boah, die Kühe war aber echt gut klein mit dem Zauber. Weiter geht's. Wir sind in dieser schwarzen Meere. Hallo. Ihr seid eure Reisen, eure Lasten, die Schreie der Hilflosen und eurer Totenleid. Auch ihr werdet verlieben. Dieses Land ist unser. Ihr nährt uns. Ihr nährt uns. Und ich nähre euch jetzt mit einem Folgenpäuschen Spitze. Bedanke mich. Bis dann. Und da. Los. Ja. Oder. Ja. Ja. Danke. Ja.